Geht's noch? Was ist mit deiner Nase los? Au! 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 Das ist mein Ohr! Au! Rossi, danke für den wunderschönen Abend! Einen Daumen, noch einen Daumen und mit Leiter oben drauf! Alles nach oben! Juhu! Juhu! Ich will dir nur das Rockstar schiefern! Ach ne, ich hätte ja gar nicht in der Rohloch geklopft! Ich habe alles gemacht! Ich habe alles gemacht! Das ist auch alt gemacht! Geil! Hattest du schon mal das Herz drauf gemacht? Was hast du denn gemacht? Ich habe alles gemacht! Was hast du denn gemacht? Ich bin so ein Bedeutel, ich bin so ein Bedeutel. Ich bin so ein Bedeutel. Mit der Kursch! Gehabt! Hat gehabt! Hat gehabt gehabt gehabt! Tilo, du siehst so aus als hättest du schon gespielt. Ja, du hast ja schlecht. Ja, du auch hast ja. Das war mal wieder nicht schlecht. Dann gehen wir los. Und den Gesang lauter bitte. Rundgeland. Der war doch gar nicht dabei. Der war doch gar nicht dabei. Darum sag ich ja, lauter! Was hast du da? Wilke, muss das jetzt sein? Ja, das ist die Bühne! Nenu! Und aus dem Schwimmflopfen! Oh! Stempel! Oh mein Gott! What's that on to show? Was war das denn? Das ist noch von den Jungs aus Finnland! Das ist ein Auto! Geil! Kann man damit schicken? Das ist nix, ne? Ja! Hahaha! Was war das? Ja! Also auch so ein Song, den wir immer spielen. Ich hab mich verschluckt, Mann. Du und JP einfach so ein, ein. Echt, mir hat nur noch gefehlt, dass so ein Auge so blitzelt und das Auge so weg geht. Tilt, das Tilt kaputt, du hast ja echt... Du hast aber auch schon gut geteilt, ne? Nee. Ja doch, komm. Du bist ein Pilger, das ist ein Pilger. Ja, ja. Wenn du was veröffentlicht, ne? Nee, aber jetzt ist es ja auch mal gut hier, ja? Könntest du mal einen Schritt zurückbekommen? Guck mal hier. Finger weg! Finger weg! Ist das okay? Ist das okay? Ja, ja. Komm mit. Lass mich mal wieder rein. Mach mal Platz. Wir wollen los. Komm mit. Nee, leider nicht. Die Idee ist ja gut, aber nein. Ich geh los ab. Nee, ist schon gut. Entschuld'n. Schönen Tag noch. Danke dir. Wir hätten nur einen Fahrer gehabt, ey. Ja, ja. Nach getaner Arbeit. Und das hier ist Bennet. Und Bennet gehört jetzt zu uns. Das ist unser neuer Roadie. Hallo. Ich bin Bennet, ich bin der neue Roadie. Und ich musste jetzt fahren und die Scheiße von euch schleppen. Siehst du, das war schlafen. Traumjob. Was war Paul die ganze Zeit, Tilo? Ja, aber ich mach ja. Der ärgert dich. Tilo. Wie ärgert er dich? Mental. Dental. Dental. Mit den Zähnen. Warte, warte, warte. Ich kann gar nicht mehr sehen. Ja, das war doch toll. Letzte Nacht. Also war ja... Wir sind ja... Ach so, es ist wieder kein Foto. Du machst nie Fotos, ne? Nee. Also auch. Aber wir schmeißen nicht hier. Wollen wir aber die Jungs alle absetzen, ne? Wo willst du denn? Da ist die Kamera. Ah! Mit drei Mann. Alter, das ist der eine macht Tränen und nicht mit Tränen, ne? Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Das Wochenende hat mich echt fertig gemacht, ey. Oh. 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 Sehr gut. Na und Pauli hat's hier gefallen. Das Wochenende. Super. Voll geil. Sehr schön. Hey Bennett, wie hat dir das Konzert heute gefallen? Heute? Hä? Alles einmal oder was? Ich glaube auch. Er hat alles... Er hat alles... Er hat alles... Er hat alles vergessen. Okay. Echt mal. Endlich musst du ja mal nach Hause hier. Das war doch ein schönes Konzert in Wächsfelde. Hallo. Ja. Ja. Hi. Hä? Was? Wir drehen das heute anders rum. Das nehme ich aus. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir fahren jetzt nach Hause. Oh, Mama hat noch nicht.